Ist eure Musik deshalb so dunkel und melancholisch, weil ihr aus einem Land kommt, in dem es ein halbes Jahr Winter ist? Das ist schwer zu sagen, kann aber sein. Ich weiß nur, dort wo wir herkommen, ist Melancholie eine gute Sache. Etwas, das einen läutert und dadurch Kraft gibt. Melancholie ist für uns nichts Trauriges, hat nichts zu tun mit Phasen der Verzweiflung oder Depression. Melancholie ist eher ein ständiges, glückliches Gefühl. Also eine positive Sache. Aber ja. Kannst du die Eltern verstehen, die sich Sorgen machen, wenn ihre Kinder zum Beispiel Join Me In Death hören? Irgendwie schon, nur sollten die Leute erst einmal einen Englischkurs machen und versuchen, unsere Texte wirklich zu verstehen. Eltern langweilen eh. Worum geht es in den Texten? Hauptsächlich geht es darum, ein guter Freund zu sein, der ihm oder ihr aus all dem Mist raushelfen will. Ja, darum geht's. EntschONA. Spannungs. 50- viewed 25- Boris. 50- sections. Der,. Vielen Dank.